Wir sind das SH Krankenhaus Oberndorf am Neckar und wir suchen dich als Pflegefachkraft für unsere Intensiv- und Anästhesieabteilung sowie den Auffachraum. Es gibt ein Einarbeitungskonzept bei uns auf Intensiv, das macht man auch individuell. Wenn jetzt jemand einfach noch länger Zeit braucht, dann gibt man dem auch die Zeit. Am Anfang ist die Pflegekraft immer bei jemandem dabei. Wir arbeiten hier eben nicht nur Früh-, Spät- und Nachtdienst, wir arbeiten hier aber auch mit Zwischendiensten, was der ganze Ablauf von seiner persönlichen Tagesgestaltung eben auch flexibler macht, wenn man auch in der Schicht einfach variieren kann. Ich bin jetzt schon seit fast zehn Jahren hier. Ich muss wirklich sagen, dass da einfach eine Konstante basiert in Wertschätzung und Respekt. Und egal was für Situationen mir ausgesetzt waren, ich bekomme immer von jedem Mitarbeiter Rückhalt und eine Verlässlichkeit und eine Hilfsbereitschaft. Und das motiviert einen einfach da, bezubleiben. Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du mit uns die Leidenschaft fürs Leben teilst, dann bewirb dich jetzt im SRH Krankenhaus Oberndorf am Neckar. Wir freuen uns auf dich.